Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Sonic CD im Rahmen von Sonic Origins. Weiter geht's mit unserem Helden hier. Oh Gott, was ist denn das schon wieder hier alles? Schnell weg. Ja, ja. Oh. Ja, ja, war klar. Oh. Was ist denn das hier alles? Okay. Gut, nochmal von vorne. Ja. was ist denn das hier? Mh, 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 mh. Mal aufpassen. Wollte mich nur hier kaputt machen, ne? Naja. Lass mich los. Wann komme ich da nochmal hoch? Da war nämlich eine Lampe. Ah, verflucht. Danke. Da war die Lampe. Boah, ist das fies. Ah, ich hab's gewusst. Aber können wir da anfangen, ne? Ja, ich hab's. Warte mal ein paar Dinge mitnehmen. Mhm. Mhm. Geht ja schnell los. Wo muss ich denn hin? Gott. Ich muss da rüber, ne? Nein. Mann. Ich muss doch hoch, theoretisch. Ich kapiere sowieso ganz. Warum? Oh. 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 Okay. Oh. Oh. immer richtig erste zone erfolgreich überstanden keine future zone nochmal oder so da fehlt ein klopf nur mal rein hier gut 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 vielen dank hab ich die explodiert ne ja auch ein dring 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 gut 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 auf gut in gut gut jetzt mal runter jetzt der checkpoint dass das gute hier macht das ding auf ringe mitnehmen würde ich sagen es gibt es nicht nein meine herren jetzt wird es wieder kompliziert hier wir ändern mal die richtung nun mal hier hinauf okay gar nicht Bin ich hier in den Ziel gelandet? Ach du Schreck! Lampe? Ich glaube ich in die falsche Richtung, das sage ich euch. Ich muss hier nach dahin, genau. Jetzt geht es nicht mehr, das ist auch klar. Au! Sagen wir mal! Guck! 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 Nein, der hebt es auf, interessant. Entweder oder! Na jetzt komm, spring dich. Wir müssen tatsächlich nach rechts, nichts. Da müssen wir hin. Nächste. Da sind wir. Hier kommen wir nicht durch. Schlecht. Langsam. Ja, aber. Oh. Hast du gedacht, oder? Hast du gedacht? Und jetzt? Komm, geht's hier weiter? Schwierige Sache. Muss ja irgendwie weiterkommen. Ah, was ist denn das hier? Okay. Das ist ja heiß. Okay. Dann oben hier links, ne? Ist klar. Hast du gedacht, ne? Genau. Hat er auch erreicht. Na ja, so clever sind die auch, ne? Ah, verdammt. Rödes Ding. So, schauen wir mal, ob das wieder funktioniert hier. Ohne diese komische. Fremengesteuerte Bombe da. Tatsächlich geht's. Gut. Ja. Ah, süß. Ah, das ist geil. Ja, die kleine Sonik. Wie? Komm. Komm. Traurig. Oh. 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 Das Spiel wird verarschen, es gibt immer so eine Stelle im Spiel, allerdings so geht es nicht, hört auf, ich muss da rüber, genau, so, und jetzt, wir runter, oder? Oha, das geht nicht, okay. Oh, das bedeutet wieder, dass der natürlich auch wieder da ist, unser Bombenmann, glaube ich, haben keine Ringe, super, das ist wieder toll. Okay, verstanden? Uh-huh. Gut, nochmal. Okay. Ha! Na gut, das ist klar, da komme ich nie durch. So. Gut, nochmal. Gut. Gut. das funktioniert, das funktioniert auch. Langsam. Das ist schon nach unten, ne? Genau. Vorsicht, langsam. Da geht's da hin. Keine Ahnung, gehen wir weiter nach rechts bitte. Eine Lampe vielleicht oder so, das wäre jetzt echt praktisch. Warte mal, da kommen wir wieder hin. Ist doch doof. Komm hierher. Ne? Das hat doch keinen Sinn. Tatsächlich, ich komme daher, das macht keinen Sinn. Nochmal. Achso, vielleicht muss ich schon mal. Ne. Das geht auch nicht. Ja, ja, ja. Ja. Warte mal, wir gehen mal hier entlang. Achso. 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 Wie guter Schreck. Achso. Jetzt bin ich mal gespannt, Uaah, jetzt ist es fies, jetzt ist da eine Milchschranke. So. So, Vorsicht, aufpassen, zuerst so. Und so, und dann so, genau. Wir sind dem Ende ziemlich nahe, würde ich sagen, von dem Level. Einmal so, dann einmal so, eieieieiei, richtig springen, wie er hat es angesagt, ne. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Yes, wunderbar. Zone 2 abgeschlossen. War jetzt ein bisschen kompliziert. Aber jetzt die nächste. So typisch. Oh. Boah, fies. Nee. Okay. Wir müssen da rein. Vorsicht. Oh. Boah, das war knap. Was mache ich jetzt? Aha, dann komme ich dahinter, jetzt verstehe ich das. Okay, alles klar. Ja, du Affe. Kann ich den jetzt irgendwie angreifen oder nicht angreifen, das ist die Frage jetzt. Aha. Okay. Gut, verstehe. Oh, cool. Okay, das stimmt. Okay, duiff. Oh. Uh. Oh. 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 Oh, okay. Oh. Oh, hi. Oh, hi. Nein, Gott! Ja, aber klar. So, mit vier Ringen, da hätte man das anfangen können, beziehungsweise die Schlusssequenz. Ist ja fies. Kein Checkpoint, kein gar nichts. Ja. Nein, das ist gut. ok jetzt bin ich gespannt ich warte bis er unten ist so als wir gleich andere Taktik ansetzen hier also zwei neue ja ja Erwischt haben wir dich, erwischt. Meine Liebe, meine Kleine, meine Süße. Schnuckeputz. Das war's. So eine CD. Ein Traum. Ja, wir haben es geschafft. Ein langer Kampf. Am Ende. Wir haben den bösen Dr. Eck vertrieben. Und wenn ihr noch mehr erleben wollt auf diesem Kanal, dann bitte ein Abo. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen bei der Musik und rechts um die Playlist. Und dann tanze ich jetzt noch ein bisschen. Ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018